Hi ihr Lieben, einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich euch und an einem Montag können wir doch voller Schwung, voller Tatendrang aufwachen und wie geht es am allerbesten? Ganz klar natürlich mit unserem Warum und zwar deinem Warum. Ja und wieso ist das gerade so wichtig, wenn du etwas hast, wofür du richtig brennst, wenn du jeden Morgen aufwachst und sagst, dafür gebe ich absolut alles, das ist mein Ziel, das ist mein Traum, das will ich erreichen und genau das ist es. Und wo du auch mein, Entschuldigung, dein Warum findest, findest du in dem Buch natürlich inklusive Warum-Urkunde und ich kann es dir einfach ans Herz legen, arbeite es durch, mach es für dich, triff deine Entscheidung und hab eine mega, mega bombastisch tolle Woche. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und melde mich wieder und bei dem nächsten Motivationsgruß und lasst es euch gut gehen. Tschüss!